Wir sind die Lochis und mit unserem Nummer 1 Album auf Tour, Tickets jetzt und überall. Freunde, diesen Samstag war es soweit, die Hashtag Zwilling Tour. Unsere Live-Tourfreunde hat begonnen, es war am Bodensee, Radhoff Zell, da war das erste Konzert. Und wir haben an diesem Tag wahnsinnig viel erlebt. Das war ja eh alles sehr aufregend für uns, denn es war die Weltpremiere. Es war das erste Konzert und ich würde sagen, los geht's mit dem ersten Tour-Vlog. So, das ist der Erik, meine Damen und Herren, der macht hier unsere Special-Effects und die Pyro. Das wird geil, oder? Sau geil. Wir haben ja auch ein paar Feuersachen, sag ich mal. Diese Idee kam von Patrick, was haben wir geplant? Wir sind 100 Liegestützen, Ben. Jeden Tag 100 Liegestützen, egal wann. Zehn Stück. Achtung, zusammen. Eins, zwei, drei, vierzehn, fünfzehn, dreißig. Der macht das falsch. Das war ein richtiger Liegestützen, ich hab einfach nur Muckis, Alter. So, Freunde, jetzt haben wir erst mal Soundchecks mit der Band. Und jetzt sagen, los geht's. So, Freunde, wir hatten gerade Soundcheck und jetzt sind hier schon die VIP-Gäste da. Ja, es gab ja VIP-Tickets. Sag mal, hallo! Und wie eine Füße die ganze Zeit mit? Wie eine Mücke. Wie eine Mücke. So, Freunde, wir sind jetzt hier an der Bühne und die VIP-Gäste waren jetzt hier noch beim Soundcheck noch dabei, haben ein bisschen Zoom gehört und jetzt machen wir noch Fotos und labern ein bisschen mit euch, Freunde. Also, die, die da stehen. Ja, wird geil. Ein Geschenk. Ja, du mehrere kleine Geschenke. Wow, geil, danke schön. Vielen Dank. Wollt ihr mal Hallo sagen? Hallo, hallo, hallo. Guck mal her. Oh, ich weine. So, Freunde, halbe Stunde Showtime. Das bedeutet, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wir singen jetzt jetzt noch ein und trinken ganz viel Wasser. Das ist ganz sehr gut für die Stimme. Hohmann, klimpert noch ein bisschen was herum. Freunde, in einer halben Stunde geht's los. Ey, so langsam steigt echt die Ausregung. Das wird die erste Show heute, wir rocken das zusammen. Heute beginnt der Wahnsinn. Lebt denn der alte Holzmiche noch? Ja, Elimdorf, 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 Elimdorf. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang, wenn wir durch die Stadt ziehen, schlagen wie Alarm. Wir sind wieder mal im Game, wieder mit dabei, mit der Klick unterwegs, dann so langsam wird das Zeit. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang, wenn wir durch die Stadt ziehen, schlagen wie Alarm. Wir sind wieder mal im Game, aber ohne Controller, lehne dich zurück und genieß diese Schaumann, genieß diesen Abend. Ein Hoch auf die Klick, Eskalation mit den Boys und den Chicks, denn heute wird dope und alle sind dabei. Wenn dir in deine Stadt kommt, fängt es an zu schreien, das Ding hier wird groß, macht euch bereit. Dreh den Schild auf, denn jetzt ist unsere Zeit. Wir sind wieder mal im Game, wieder mit dabei, mit der Klick unterwegs, dann so langsam wird das Zeit. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang, wenn wir durch die Stadt ziehen, schlagen wie Alarm. Wir sind wieder mal im Game, wieder mit dabei, mit der Klick unterwegs, dann so langsam wird das Zeit. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang, wenn wir durch die Stadt ziehen, schlagen wie Alarm. Wir sind wieder mal im Game, 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 Es ist geil, es ist geil. Richtig gut. Das hat alle meine Vorstellungen betroffen. Das war der absolute Wahnsinn. Was hat euch am besten gefallen? Das letzte Lied, die Zubabe, als ich noch mal rausgekommen bin. Die sind die Stimmung. Oder auch die Special Effects. Wie die Hühnenshow. Vor allem das mit den Flammen, das war richtig cool. Alles. Kauft euch ein Ticket, das war sicher. Kauft euch eins. Das ist richtig, das ist auch cool. Wir hatten viel am besten. Ja, wir hatten viel am besten. Früh hingehen, dass man weit vorne steht. Das muss man einfach miterleben. Freunde, war mega krass. Hat mega Spaß gemacht. Die Show kam so gut an. Jetzt hab ich noch so richtig Bock auf die Tour. Übergeil, Alter. Pumpenregen, Alter. Überkrass. Da kommen echt krasse Sachen, Freunde. Ich bin jetzt schon frisch geduscht. Und jetzt wird noch was gespachtelt, Freunde. Wir müssen dann jetzt zu Hause. So, Freunde. Das Konzert ist jetzt vorbei. Es war so geil. Ey, kommt. Ich hab einen geilen Job gemacht. Jetzt haben wir so Bock auf die Tour, Freunde. Und hier wird grad schon abgebaut im Hintergrund. Ihr seht es. Wir sind einfach nur happy. Wir sind einfach nur happy, dass alles geklappt hat. Freunde, auf alle Fälle Dank an alle, die da waren. Es war mega geil, Freunde. Ihr holt euch Tickets für die Tour, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr müsst kommen, Freunde. Es ist unbeschreiblich. Hier geht's jetzt irgendwo zum Video von gestern. Und zwar, wenn ich du wäre. Lohi versus Lohi, Freunde. Ja, und ansonsten auf Tour, Freunde. Wir sind überall bis Januar. Wir wollen euch alle sehen. Bis Ende Januar sogar, Freunde. Bis dann. Ciao.